Kai Pflaume ist eines der prominenten Gesichter der deutschen Unterhaltungsbranche mit einer bemerkenswerten Karriere im Fernsehen. Doch hinter dem Ruhm und Erfolg verbirgt sich in Kai Pflaumes Leben auch eine traurige Geschichte über die Frau, die er am meisten liebt, seine Frau, Frau Ilka Pflaume. Das Leben von Frau Ilka wurde nicht nur durch das öffentliche Rampenlicht, sondern auch durch eine schwere Krankheit beeinträchtigt, eine Herzerkrankung. Ilka Pflaume, eine schöne und sanfte Frau, begleitet Kai Pflaume seit den Anfängen seiner Karriere. Die beiden lernten sich in den 1990er Jahren kennen und entdeckten schnell ihre besondere Verbindung. Ilka war schon immer diejenige, die Kai bei jeder Herausforderung unterstützt und begleitet, von stressigen Aufnahmesessions bis hin zu glücklichen Momenten im Familienleben. Ihr Glück währte jedoch nicht ewig und wurde durch Ilkas Gesundheitszustand stark beeinträchtigt. Etwa Mitte der 2000er Jahre begann Ilka seltsame Symptome in ihrem Körper zu spüren. Brustschmerzen und Müdigkeit waren die ersten Anzeichen, die sie bemerkte. Anfangs bemerkte man diese Symptome kaum, doch nach und nach verschlechterte sich der Gesundheitszustand von Frau Ilka. Nach vielen Untersuchungen und Tests stellten die Ärzte fest, dass sie an einer Herzerkrankung litt, einer ernsten Erkrankung, die viele Schwierigkeiten mit sich brachte. Eine Herzerkrankung beeinträchtigt Frau Ilka nicht nur körperlich, sondern hat auch große Auswirkungen auf ihren Geist. Sie musste sich vielen Behandlungsrunden unterzielen, einschließlich der Einnahme von Medikamenten und verschiedenen Behandlungen, um ihre Herzfunktion aufrecht zu erhalten. Trotz der engagierten Fürsorge der Ärzte ist der Gesundheitszustand von Frau Ilka immer noch instabil und erfordert manchmal eine Notfalleinweisung ins Krankenhaus. Kai Pflaume war schon immer ein hingebungsvoller und liebevoller Ehemann. Er ist nicht nur ein emotionaler Unterstützer, sondern auch immer bereit, Ilka in den schwierigsten Zeiten zur Seite zu stehen. Er nutzte jede Gelegenheit, um seiner Frau glückliche Momente zu bereiten, seien es romantische Abende oder Kurztrips zur Entspannung. Kais hingebungsvolle Fürsorge und bedingungslose Liebe halfen Ilka, den Glauben an das Leben aufrecht zu erhalten und ihrer Krankheit mutig entgegenzutreten. Allerdings hat eine Herzerkrankung Ilkas Leben stressig und ermüdend gemacht. Die Behandlungen und Krankenhausaufenthalte störten viele Alltagsaktivitäten und führten zu Lücken zwischen beiden. Ilka hat Schwierigkeiten, ihre Gesundheit zu erhalten, und das führt manchmal dazu, dass sie sich allein mit Kai an ihrer Seite fühlt. Obwohl Ilka und Kai ihr Bestes gegeben haben, um mit der Krankheit klarzukommen, stellt die Herzerkrankung eine schwere Belastung für ihr Familienleben dar. Ilkas physische und psychische Schmerzen gepaart mit Kais Stress und der Sorge um die Gesundheit seiner Frau schufen für beide ein herausforderndes Umfeld. Kais Liebe und Unterstützung halfen Ilka jedoch, viele Schwierigkeiten zu überwinden und in den schwierigsten Zeiten den Optimismus zu bewahren. Letztendlich ist die Geschichte von Ilka und Kai Pflaume ein Beweis für die Kraft der Liebe und Unterstützung in schwierigen Zeiten. Obwohl eine Krankheit viele Herausforderungen mit sich bringen kann, können echte Liebe und Fürsorge den Menschen helfen, Schwierigkeiten zu überwinden und in wichtigen Beziehungen Trost zu finden. Seine Fernsehkarriere begann er mit der Sendung »Nur die Liebe zählt«, bei der er sich mit seinem lockeren Stil und seinem natürlichen Charme schnell einen Namen machte. Seine Karriere entwickelte sich mit vielen weiteren Shows wie »Klein gegen Groß« und »Die besten Songs aller Zeiten« weiter stark und festigte seine Position in der Unterhaltungsbranche. Obwohl er große Erfolge feiert und von Millionen Zuschauern geliebt wird, ist das Leben von Kai Pflaume nicht immer perfekt. Er musste sich vielen persönlichen und beruflichen Herausforderungen stellen. Das Besondere an Pflaume ist jedoch sein Optimismus und sein nie zu erschütternder Geist. In der Öffentlichkeit tritt er immer mit einem strahlenden Lächeln auf, auch wenn das Leben nicht immer günstig ist. Aber es gibt eine Sache, die einem wirklich die Laune verderben kann, egal, wie viel Erfolg man erzielt hat. Das ist die Hilflosigkeit, seinen Lieben in den schwierigsten Zeiten nicht helfen zu können. Wenn geliebte Menschen gesundheitliche oder emotionale Schwierigkeiten haben, zerreißt Kai Pflaume das Herz. Situationen wie diese, in denen Erfolg und Ruhm nichts an der Situation der Person ändern konnten, die er liebte, waren Dinge, die ihn wirklich unglücklich machten. Im Leben ist Kai Pflaume nicht nur ein berühmter TV-Star, sondern auch ein Mann mit einem guten Herzen und Hingabe. Er versucht immer, seinen Mitmenschen zu helfen und sie zu unterstützen, insbesondere seiner Familie. Obwohl er problemlos auf der Bühne stehen und Millionen von Menschen zum Lächeln bringen kann, ist der Schmerz, jemanden, den er liebt, in Schwierigkeiten zu sehen, immer noch eine große Herausforderung, der er sich stellen muss. Das war die größte Schwäche seines Lebens, die weder durch Erfolg noch durch Ruhm ausgeglichen werden konnte. Die Standhaftigkeit und der Optimismus von Kai Pflaume sind jedoch eine große Inspiration für sein Umfeld. Er beweist, dass es einen großen Unterschied machen kann, auch wenn das Leben unüberwindbare Herausforderungen mit sich bringt, den Glauben zu bewahren und weiterhin zu lächeln. Mit jedem Lächeln und jeder Hingabe bringt Kai Pflaume nicht nur den kleinen Bildschirm zum Leuchten, sondern bringt allen Bedürftigen Hoffnung und Ermutigung. Viele hätten nie gedacht, dass Kai Pflaume, eines der bekanntesten Gesichter im deutschen Fernsehen, eines Tages aus einem wenig bekannten Stadtteil Leipzigs zur Zeit der Deutschen Demokratischen Republik, DDR, stammen würde. Der 57-Jährige wuchs in einem Plattenbau auf, in dem das tägliche Leben untrennbar mit dem Einfachen und Praktischen verbunden war. Während seiner Kindheit hegte Kai Pflaume Träume, die scheinbar nichts mit der Fernsehkarriere zu tun hatten, mit der er derzeit große Erfolge feiert. Bereits im Alter von drei Jahren hatte Kai Pflaume Karrierepläne, die völlig anders waren, als man sich das vielleicht vorgestellt hätte. Er teilt unschuldig, aber aufrichtig mit. Ich möchte Müllsammler werden, weil ich die Jungs, die beim Fahren auf der Rückseite von Trittbrettern stehen, großartig finde. Es ist ein einfacher Traum, der jedoch die Aufregung und Neugier eines kleinen Kindes auf die Welt um ihn herum widerspiegelt. Die Bilder von Müllmännern, die er im Alltag sah, hinterließen einen tiefen Eindruck in seinem jungen Geist. Allerdings verläuft das Leben oft nicht nach den Plänen, die wir uns als Kinder vorgenommen haben. Kai Pflaume hat Jahre voller Herausforderungen und Möglichkeiten hinter sich, um seine verborgenen Fähigkeiten zu entdecken. Er verwandelte sich von einem unschuldigen Jungen mit einfachen Träumen in einen der berühmtesten Fernsehmoderatoren Deutschlands. Seine Reise spiegelt nicht nur sein persönliches Wachstum wider, sondern ist auch ein Beweis für die ständige Veränderung und Entwicklung des Lebens. Im Laufe seiner Karriere hat Kai Pflaume eine perfekte Kombination aus Charme, Intelligenz und Aufrichtigkeit bewiesen, Eigenschaften, die ihm dabei geholfen haben, die Herzen des Publikums leicht zu erobern. Er ist nicht nur ein talentierter Gastgeber, sondern auch ein Symbol dafür, wie man Schwierigkeiten überwindet und seinen Leidenschaften nachgeht. Seine Kindheitstage mit einfachen Träumen, Müllsammler zu werden, haben gezeigt, dass selbst kleine Ziele zu großen Erfolgen führen können, wenn wir sie verfolgen und entwickeln. Kai Pflaume ist mittlerweile nicht nur ein bekanntes Gesicht im Fernsehen, sondern auch ein Vorbild an Geduld und Hingabe. Er verwandelte einfache Kindheitsträume in eine brillante und respektable Karriere. Kai Pflaume hat durch seine Geschichte viele Menschen davon überzeugt, dass jeder Schritt, egal wie klein oder groß, zu unerwarteten Erfolgen führen kann, solange wir durchhalten und den Mut haben, zu träumen. Laut Kai Pflaume, einer der bekanntesten deutschen Fernsehpersönlichkeiten, spielte das Medium Fernsehen in seiner Kindheit eigentlich keine große Rolle. Damals gab es vor allem in der Deutschen Demokratischen Republik, DDR, nur wenige Haushalte mit Fernsehgeräten. Dies bedeutet, dass der Zugang zu Informationen und Unterhaltung über das Fernsehen nicht weit verbreitet ist und für viele Menschen keinen wichtigen Teil des täglichen Lebens darstellt. Stattdessen, so Kai Pflaume, lag die Bedeutung seiner Kindheit im Aufbau und der Pflege sozialer Beziehungen zu Gleichaltrigen. In seinem Lebensumfeld ist es äußerst wertvoll, eine Gemeinschaft von Freunden zu haben. Sie sind nicht nur Freunde, mit denen man glückliche Momente teilen kann, sondern auch Begleiter während des gesamten Erwachsenwerdens. Das Treffen und die Interaktion mit Freunden hilft ihm, schöne Erinnerungen zu sammeln und enge Bindungen aufzubauen. Die Tischtennisplatte, so Kai Pflaume, spiele in seinem sozialen Leben eine sehr wichtige Rolle. Es ist nicht nur ein unterhaltsames Spiel, sondern auch ein Ort, an dem man sich mit Freunden in der Nachbarschaft treffen und Kontakte knüpfen kann. Tischtennisstunden sind nicht nur Sportwettkämpfe, sondern auch eine Gelegenheit für Menschen, sich zu unterhalten, Geschichten und Gefühle auszutauschen sowie persönliche Beziehungen aufzubauen und zu stärken. In einer Welt ohne viele moderne Unterhaltungsmedien wie das Fernsehen sind solche einfachen, aber sinnvollen Aktivitäten zu einem zentralen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens geworden und tragen dazu bei, dass sich Kai Pflaume stärker mit der Gemeinschaft verbunden fühlt. Kai Pflaumes Kindheit war also nicht nur von persönlichen Erinnerungen geprägt, sondern auch von Gemeinschaftsverbundenheit und Freundschaft. Diese Werte haben seine Persönlichkeit und seine Lebenseinstellung geprägt und zeigen, wie wichtig soziale Beziehungen und direkte Interaktionen für die persönliche und soziale Entdeckung. Als sie später über diesen Moment nachdachte, gestand Diana, wie sehr er sie getroffen hatte. Es hat mir einfach das Herz gebrochen. Leider war dies eine Wunde, die nie wirklich verheilte und ihren Titel als Königin der Herzen festigte. Wie in ihrem Nachruf in der New York Times erwähnt, schien Prinzessin Diana in dem Jahr vor ihrem frühen Tod zu sich selbst gefunden zu haben. Nach Jahren der Einsamkeit, des emotionalen Aufruhrs und der Zurückweisung schien sie endlich ein Gefühl von Selbstwert und Optimismus gewonnen zu haben. Freunde beobachteten ihr neu gewonnenes Selbstvertrauen, ihre Selbstsicherheit und ihre aufgeschlossene Art. In einem Interview aus dem Jahr 1995 verriet Diana, dass sie die Königin der Herzen werden wollte. Ein Ziel, das ihr letztes Jahr bestimmte, als sie sich wohltätigen Zwecken widmete, die ihr am Herzen lagen. Sie konzentrierte sich auf Organisationen, die sich mit Themen wie Aids, Lepra, Obdachlosigkeit, Krebsforschung und dem Wohlergehen kranker Kinder befassten und unterstützte außerdem das English National Ballet. Obwohl ihr Tod eine Lücke hinterlässt, die nie gefüllt werden kann, bleibt Prinzessin Dianas Vermächtnis ein Leuchtfeuer der Hoffnung und Inspiration für Millionen Menschen weltweit. Dank des unermüdlichen Einsatzes ihrer geliebten Söhne, der Prinzen William und Harry, lebt ihr barmherziges Werk weiter. Sie haben ihre Mission weitergeführt und sich für Dinge eingesetzt, die ihr sehr am Herzen lagen, von der Minenräumung über die Aufklärung über Aids bis hin zur Unterstützung der psychischen Gesundheit. Auf diese Weise ehren sie ihr Andenken und führen ihr Vermächtnis der Güte und des Aktivismus fort. Wenn wir uns an Prinzessin Dianas erinnern, sollten wir uns auch dazu verpflichten, ihren Geist des Mitgefühls und der Großzügigkeit in unserem eigenen Leben zu verkörpern. Lassen sie uns gemeinsam die Anliegen unterstützen, für die sie sich eingesetzt hat, und dafür sorgen, dass ihr Vermächtnis der Liebe und des Mitgefühls in unserer Welt weiterhin hell erstrahlt. Welcher Aspekt des Vermächtnisses von Prinzessin Dianas berührt ihr Herz am meisten? Teilen Sie uns Ihre Gedanken mit und vergessen Sie nicht, den Newsletter zu abonnieren, um weitere inspirierende Inhalte zu erhalten, die das Leben und den Einfluss von Prinzessin Dianas würdigen. Danke, dass Sie mit uns Ihr Andenken ehren. Wir sehen uns im nächsten Video. Wie ist ein Video? Wie ist es?